Tavandeng, das ist faktisch Ausnahmezustand. Der absolute Intip steht in keinem Reiseführer, aber da gehen die Teilsen, wenn sie fortgehen. Ein Lokal, da passen aber mit Schullöffel 500 Leute hinein. Und dem ist ein Abendprogramm, das aus voller Seele spielt. Allerdings nur Teimusiken, aber von traditionell bis modern. Es ist alles geboten. Ein bunter Rausch an Bildern, eine Stimmung, die wirklich brodelt. Hier sind alle dabei, hier tanzen alle mit, sie tanzen auf den Tischen, sie tanzen auf den Bänken. Das ganze Lokal ist ein einziger Tatsang. Und auf der Bühne singen sie die Lieblingslieder, allen der Teils. Das bringt die Seele dann wieder so richtig zum Kochen. Dann gibt es Trinkgeld für die Sänger. Das ganze geht sieben Stunden. Und ich weiß gar nicht, wie die Band das durchhält. Denn das muss schon ziemlich anstrengend sein. Und vor allen Dingen, was hochinteressant ist, für diese Show wird kein Eintritt verlangt. Wir bieten diese Show oder dieses Programm in unserem Abendprogramm mit. Und ich weiß gar nicht, was hochinteressant ist, für diese Show wird kein Eintritt verlangt. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht.